Weiter geht's in Unraveled und im letzten Part haben uns Vögel gejagt und einen Vogel haben wir gerettet und der haben uns dann nicht gejagt bei BH, weil er halt ein netter Vogel war, aber wir waren übrigens in der Eiswelt. Guckt euch einfach die letzten Parts an, da seht ihr auch hier diese ganzen Level hier und das da oben auch noch. Ich würde euch allgemein raten, nicht das Let's Play von mir zu gucken, aber das Let's Play von einem anderen zu gucken. Weil ich bin ein bisschen leid geworden. Wintersonne sind wir jetzt. Wieder was mit Schnee. Aber gut, war ja nicht schlimm. Der einzigste Ort, wo ich oft gestorben bin, ist wegen den Vögeln. Und wenn die nicht vorkommen, alles easy. Obwohl vielleicht nicht alles, aber... Das ist ein bisschen viel Schnee dieses Mal. Das ist ein bisschen übertrieben mit dem Schnee. Oh nein, Eis. Wer es nicht versteht, ich habe im letzten Part oder so gesagt, hoffentlich kommt kein Eis. Und damit meinte ich halt Eis, wo man ausrutschen kann. Was kommt jetzt hier? Eis, wo man ausrutschen kann. Okay. Ah! Das ist cool. You wanna build a snowman? Na, na, na. Oh mein Gott. Hier kracht das nicht ein? Nö. Okay, gut. Im Wasser will ich tatsächlich nicht landen. Ah! Ich habe jetzt schon was falsch gemacht. Was will mich da nach oben? Boah! Okay, gut. Okay. Checkpoint. Das war gemein. Hätte ich mich da irgendwo festhalten müssen? Ah, ich sehe es. Hä? Hä? Wo war ich denn jetzt? Das war gar nicht mehr da. Egal. Okay. Muss ich irgendwas von draußen mitnehmen oder so? Es könnte ja sein. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. okay wo ist er denn okay mit dem ort kenne ich mich aus ja tatsächlich ja tatsächlich okay wieder so eine nuss halt eine schnee weil dann halt ist es überhaupt der ort wo ist er denn gut jetzt ist er bei dem ort wo ich bin okay er klettert aber hier hoch und fragt mich halt nur grad wie ah hier kann ich hier ein trampolin draus machen perfekt na wohin jetzt halt what the fuck okay gut hallo ich habe jetzt gut er war einfach direkt vor meiner nase nein hör auf nicht wieder so eine scheiße ist was ich jetzt mache ich entferne diese zwei hier und ich brauche jetzt kann momentan nicht ich sag momentan dann habe ich eigentlich mehr gegangen soll ich zumindest mehr haben da habe ich gut okay okay gut da wären wir also das hätten wir genau das genau bei der zähne jetzt wo ich bin Jetzt macht er das Trampolin Da kann ich ja schon mal rausgehen Okay, gut Jetzt sehe ich das auch Das wollte ich eigentlich nicht mal Ah, Blindjump Ja, gut Oh, wow Okay, gut Ich bin tot Okay, ich sehe die nächste Haselnuss Und ich glaube, das habe ich gerade vorher sogar schon gesehen Weil hier brauche ich bestimmt die Haselnuss, oder? Ich gucke erstmal nach, ob ich die überhaupt brauche Ich hatte nämlich die Szene gesehen Ja, habe ich, aber Wofür ich die halt brauche, ne? Gut, für die Höhle, okay Ah, ich glaube, der hat gerade irgendwas Ja, der hat irgendwas aus dem Weg geschmissen Ja, okay, gut Hä? Oh Gott Achso Jetzt, okay Ja, perfekt Hallo Nee, oder? Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, ich habe es falsch herum gemacht, ich weiß Nein, Haselnuss, ich weiß Nein, Haselnuss, ich weiß Nein, Haselnuss, ich weiß, da bleiben Ich muss erstmal jetzt alle kurz entfernen So, jetzt wieder meine Schuld Ich weiß Zumindest sehe ich es ein Was ich falsch gemacht habe Jetzt sollte es eigentlich klappen Boah Okay, okay Warte, warte, warte Du bist aber groß geworden Rest in peace Nuss Haselnuss, glaube ich Oder, keine Ahnung Nee, doch keine Haselnuss Bin ich blöd Okay Da, um ist die denn, der Haselnuss Das machen wir erstmal kaputt Leute, sollen wir das halt wirklich kaputt machen Okay Ah Wunder mit dir Alter, wo geht der hin? Okay Gut, ich mache mir erstmal kaputt hier Wow Okay, das ist cool Das war cool Respekt dafür Respekt dafür Habt ihr gerade den weißen String da gerade gesehen Also Den String von Yari Soll man eine etwas andere überraschen? Zu früh gesprungen Zu früh gesprungen, ne? Ja Zu früh gesprungen, ja Das war's ein perfekter Schwung Oh, okay Ich dachte gerade schon Ich warte lieber halt mal ein bisschen Oh Gott Wir machen ja alles kaputt Aber gut, zumindest haben wir noch keine verlorene Stadt zerstört Und ihr wisst genau welchen Charakter ich mein Gut, da können wir nicht vorbei Da brauchen wir nicht Da brauchen wir eine Haselnuss Oder Keine Haselnuss Aber halt jetzt die Schneekuche Was halt mal irgendeine Nuss war Oder wir brauchen das Okay Ich bin mir gerade bei gar nichts mehr sicher Okay Gut, das hat auch geklappt Das Level macht momentan gerade richtig Spaß Also ich finde, das ist echt cool Ich finde halt die Idee mit Äh, mit dieser Was auch immer das ist Das ist halt zu Schneekugeln Dann wird Und man das immer braucht Aber warte Das kann ich schieben Oh, okay Wir müssen es nicht mal ganz rein tun Okay, gut Oh, jetzt habe ich das gerade nicht gesehen Ah Ah Nee Wo sie das rausziehen Oder brauchen wir die gute alte Schneekugel Ach so lol Bin ich blöd Ich brauche nicht mal die Schneekugel dafür Ich muss einfach Ich kann sie einfach schon Ich kann sie einfach schon schieben Hey, das passt doch aber gar niemals rein Ach so Oh Gott Okay Okay Jetzt fällt es mir gerade auf Ich habe es jetzt schon verkackt, oder? Nee Okay Ich kann es noch retten Lieber schieben Ja Lieber schieben Und jetzt brauchen wir die gute alte Schneekugel Okay Okay Äh Lol Jetzt Da komme ich ja niemals ran Ah Oder klappt es überhaupt Nee Okay Okay Okay. So hat das ja befestigt und hat das anodern. Weg mit dir. Ah, okay. Gut. Ist alles nicht geklappt. Jetzt. Hm. So geht es nicht runter. Okay, bei ihm geht es aber auch nicht runter. Ah. Okay. Und hier sowas. Wohin soll das? Ich muss nicht mal weiter gucken. Ich verstehe es. Komm, rein. Also nicht rein, aber drauf. Ey man, bleib mal weg. Das brauche ich nicht. Oh. Ich habe es gerade entfestigt. Ja, jetzt klappt es. Und das muss, da brauche ich nicht mal fragen, in die Kanne rein. Perfekt. Perfekt. Oh. Okay. Das letzte, das Level hat aber echt Spaß gemacht, tatsächlich. Kalt, aber warm. Jetzt fehlen nur noch die zwei Hälften da. Also bei einem Level gibt es eine Hälfte und bei dem anderen Level gibt es eine Hälfte. Aber weiter geht es im nächsten Part von Unravel und ciao.